Wir machen aber kurz ein Abstecher. Okay. Ähm. 20.000? Holy shit. 20.000? Where to now? Look up there. Was the same the way I was today. Just how I like it. Ooh. I could have sworn you if I don't took time to. Yeah. Where was I? I guess you were quite right. ist denn hier das sind denn hier die gemächer von der hausherren da ist sie ja ich kann dir sogar ein geschenk geben habe ich denn was was man schenken kann ich habe leider nichts ne ich gebe dir weintrauben ok das finde ich recht interessant dass man mit ihnen quatschen muss muss doch mal gucken ob es eine liste gibt ich habe das in drags doch mal 1 gar nicht gemacht da war das irgendwie ich glaube die war das die königin oder war das irgendwie ich bin mir nicht sicher ist aber irgendwie die ne es war die geliebte von dem könig genau die irgendwie sich random in einen verliebt und dann hat man da es gab da so einen story punkt da hat man mit der interagiert und dann hatten hatten hatte man irgendwie so eine romance mit der gehabt da wurde man aus dem palast dann verbannt weil man dann irgendwie ich weiß nicht ich glaube die lädt einen irgendwie ein dann quatscht die mit mit also dann quatschen mit dem arisen und dann wird die hat entdeckt und man wird dann aus dem palast geworfen nehmen man muss auf ballast flüchten glaube ich mal irgendwie so er kommt ein nicken wollte ich schon im gast aufbennen aber jetzt kann ich immer wieder machen ich habe den magistrat verdammt ich hätte ihn gerne behalten ich bin auch immer im dienst der taverne muss wohl aufpassen dass hier nichts passiert na komm ich kann aber jetzt erstmal das war von jedem satz des rifts zurückgekehrt reisebericht 3 der weg der war vorsichtig und führte uns mit fester hand über drückt der weg und missgräuchte blicke auf sich strebe an die erfahrung auf unseren reisen anzuwenden die vorliegen ich sage jetzt nicht sagt jetzt nicht ältere das muss ich beobachten normalerweise ist eigentlich normalerweise ist ein dingens verdorbene nahrung oder was verdorbenes kein gutes zeichen okay normalerweise ist es eigentlich zeuge davon dass er drachenpest ist aber drachenpest ist dass er drachenpest hat aber wir werden sehen spätestens dann wenn der ganzen bürger mit auslöscht so Oh, okay. It's best you move along. I don't care about the key anymore. I don't care about the key anymore. What business could be so pressing that I must be summoned at this late hour? Oh, unring your hands, you fool. As if anyone in this palace would dare say a word against me. Now, if Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. I will return presently. I will return presently. Here is nothing. Oh, here is something. A brief with battalion weapons. I will return presently. I will return presently. But surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. Indeed. But that, your grace, would be better discussed in the presence of your mother. I will return presently. Well, well, we meet again. Is this stealthy business becoming a habit of yours? You are right. I will return more to you. Who is there? Wer ist da? Ich sehe, wenn Sie meine Sprache verstehen. Entschuldigung, m'lady. Aber ich frage mich den Namen von Ihrer Freundin? Sie sind sicher, dass es ein Wissen wäre? Das Wissen ist bekannt, dass ein Mann seine Kopf hat. Entschuldigung, m'lady. Wenn jemand fragt, werde ich sagen, dass ich nichts gesehen habe. Danke, Dio. Okay. Ne, wieder Weintrauben schenken. Oh, ich muss in die andere Richtung. Warte mal, Flache jetzt anscheinend wieder Maskenball, oder? Und dann zieh ich mich mal schnell um. Oh, jetzt anscheinend nicht. Warum gammeln hier jetzt eigentlich die ganzen Sachen rum? Ich dachte, es Maskenball. Aber war ja vielleicht... Es kann aber sein, dass sie es natürlich nicht mehr sind, nachdem ich das Story Event fertig habe. Aber ich weiß es nicht. Das kann ich natürlich ehrlich gesagt nicht sagen. Oder nicht hundertprozentig sagen. Dann geben wir mal wieder Röser zu Hauptmann Brad. Ach, das ist er. Der mit seiner Skulptur. Es geht doch bald jetzt mal vor. Ja. Das ist eine neue Sieger. Sie ist ein Sieger und Sieger. Ja. Sie sehen sich. Mahgandellat! Oh, oh, oh! Ich kann es dir morgen auf den Herrn Kessler nicht! Ansonsten, wenn Sie sich hier in der Lage sind, zu erinnern Sie sich? Dass Sie sich einmal an eine Einstellung zu einer E作uye kommen können, There can be no harm in trying something new, particularly if you are eligible for a special vocation, hereto for unseen opportunities of exciting potential. Mystische Klinge. Seine Klingeloppaar nicht erwerben, die Vereinigung von Magie und Körperlichkeit. Keine Konter und besiegen Gegner im Nu. Sportlichkeit, Polarität. Muss mal gucken. Fertigkeiten. Wolkenhieb. Auch in der Luft einsatzbar. Sicherheitshieb. Ich hole einen vernichtenden Schlag aus. Hm. Interessant. Da gibt es anscheinend noch nichts Neues. Todesfall. Todesfall. Ach so, Todesfall. Ah, okay. Und Wasserschuss. Sieht lustig aus. Schrauf als Stasus. Analyse. Okay. Ich habe zwei gefunden. Cool. Es waren noch sieben, bis ich irgendwas Neues kriege. So. 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 Wie bekomme ich immer noch die falsche Tür eigentlich. Ich bin. 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 Eine beunruhigende Begegnung? Oh. Ich bin. Ich bin. något. Anges. Du bist. nötig. den Ochsenkarren und dann reise ich runter nach Malf. Bin ich schon nach Malf reif, dann guck ich mal kurz. Oh. Vermundische Schwer... Och, Junge, das kostet aber richtig viel. Dann kaufe ich drei Eisensschwerter. Vermundische Soldaten. Oh, ich hab genug Geld. Ja, das ist das vermundische Schwert. Und die Stahlschwerter, die gebe ich dann dem... ...heimdude. Ja. 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 dann warten wir auf den ochsenkarren okay kein problem ich zahl ja gerne dann können wir schon losfahren ich schenke es geben der ausbilder ich suche Malfin und wieder wahrscheinlich muss ich hier mit bestimmten Leuten reden oder warum rennt ihr bei dem Haus rein ach so hier doch ja muss kommen wo ist denn Ulrika du bist nicht Ulrika war wahrscheinlich unser Freund der gute alte Meister Spitzohr ich hab seinen Namen wieder vergessen ich bin ich bin ich bin ja wo ist denn Ulrikas Haus wobei ich gerne auf der Map gucken von Ulrika mit dem roten Dach ich bin 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 schmeiß den Typen gleich über die Klippe schmeiß den Typen gleich über die Klippe ich bin um zu retten für mich zu retten. Ein kleiner Bezug auf die Ausbildung ist sicherlich das wenig ich kann machen. Es war von deinen Geheimdiensten, dass Melv aus der Schreckung der Drogen ausgesucht wurde. Die Menschen in dieser Kirche sind mehr wertvoller für mich als die Leben selber. Dass sie zu verlieren wäre mein Ende. Du hast meine Gärtlichkeit als Freund. Ich dachte jetzt, da würde tatsächlich mehr passieren, aber sie ist ja nicht kurz die Sahnenfrau. Wo ist Ulrika? Die Königin hat gesagt, dass Ulrika zu sein, als ein traur zu dem König. Alle, die sie versuchen zu retten, werden sie versuchen. Bringt sie vor mir einmal. Ulrika ist weg. Was? Sie hat weggebracht. Sie sind in der Nacht. Fragen Sie sich. Ein paar Beispiele können es feststellen. Ich kann nicht sagen, warum, aber ich denke, dass sie deine Worte zu sein hat, Overseer. Ich weiß, dass sie ihre Pläne für eine Rebellion haben, sie verabschiedet hat, sie verabschiedet hat die Stadt. Für unsere Sache. Sie würden mich glauben, dass Ulrika alleine ist? Dass die resten der Stadt keine Rebellion haben? Ja. Das ist das lange und kurz. Sehr gut. Ich nehme dich an, Herr. Insofern, eine Leiterung wird nichts, aber Chaos geben. Für die Zeit, deine Stadt wird in unsere Hand. Wenn Sie so sagen, ich glaube nicht, dass es keine Angelegenheiten gibt. Ah, da bist du. Du bist. Da gibt es etwas, was ich fragen würde. Es interessiert Ulrika. Du hast gehört, dass sie die Stadt verabschiedet hat. Ja? Obwohl es das ist. Sie hat sie nie wirklich verabschiedet. Sie hat die Stadt verabschiedet, dass sie ihre Angelegenheiten verabschiedet hat. Sie verabschiedet hat gegen den Dragen. Aber wo sie ging, ich weiß nicht. Ja, ich finde Ulrika. Ich muss es aber erstmal in den Optionen. Ich will jetzt mal hier die Stimme lautstark immer ein bisschen höher machen. Ja. Weil ich finde die immer ein bisschen leise. Ja gut, das ist tatsächlich ein ganz guter Zeitpunkt. Dann kann ich hier quasi als Cliffhanger, äh, kann ich hier den Cliffhanger machen. Dann gehe ich jetzt mal kurz runter. Und dann kann ich den einfach ins Wasser werfen. Jetzt ist er tot. Ja gut. Oder vielleicht spawnt er auch wieder. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ne?